Guten Tag, mein Name ist Volkmar Müller und ich bin Onkologe, spezialisiert auf Brustkrebs. In diesem Video stelle ich Ihnen die ELANE-3-Studie vor, die sich mit der Sicherheit und Wirksamkeit der Kombination Lasofoxifen und Abemaziclip befasst. Am Ende des Videos finden Sie einen QR-Code, der Sie direkt zur Studie führt. Diese klinische Studie richtet sich an Frauen nach den Wechseljahren und Männer mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Östrogenrezeptor-positiven, HER2-negativen Brustkrebs. Die Studie zielt darauf ab, die Wirksamkeit der Kombination Lasofoxifen und Abemaziclip mit der Kombination Fulvestrant und Abemaziclip zu vergleichen. Der primäre Endpunkt ist das progressionsfreie Überleben, die Zeitspanne nach der Behandlung, in der sich der Krebs nicht verschlimmert oder ausbreitet. Zu den sekundären Endpunkten gehören die allgemeine Ansprechrate, das Gesamtüberleben sowie die Bewertung der Lebensqualität und der Nebenwirkungen. Die Studie wird voraussichtlich etwa drei Jahre dauern. Die PatientInnen müssen einen lokal fortgeschrittenen oder metastasierten Östrogenrezeptor-positiven, HER2-negativen Brustkrebs haben. Sie müssen zuvor bereits eine ribozyklip- oder palbozyklip-basierte Behandlung erhalten haben, nach der der Krebs fortgeschritten ist. Zu den wichtigsten Ausschlusskriterien gehört eine Infiltration der Lymphgefäße durch Tumorzellen der Lunge sowie andere Lungenerkrankungen mit Grad 3 oder 4. Häufige Nebenwirkungen sind Durchfall, Übelkeit, Müdigkeit und Neutropänie sowie Wechseljahresbeschwerden. Lasofoxifen ist ein orales Medikament, das im Vergleich zu Fulvestrant nicht intramuskulär injiziert werden muss. Zeigt die Studie gute Ergebnisse, steht dieser Patientengruppe eine neue Behandlungsoption zur Verfügung. Der Studien-Scout. Studien verstehen und Chancen nutzen. Noch mehr Studienwissen erhältst du auf patientstoday.de und unseren Social-Media-Kanälen.